Besonders Ausdauersportler haben dies bereits selbst erleben können und schätzen die Leistungssteigerung durch Energy. Zum Beispiel Joey Kelly. Der bekannte Sänger und Extremsportler läuft seit vielen Jahren bei Ausdauerwettbewerben. 100 Kilometer Läufe sind für ihn keine Seltenheit. Seit anderthalb Jahren arbeite ich mit den Geräten von Energy. Und in Extrem- und Ausdauersport ist es sehr effektiv, besonders in der Regenerationsphase. Und gibt einfach mehr Leistung für größere Herausforderungen.